Und hallo liebe Freunde, da sind wir auch schon wieder zurück... Ups. Da sind wir auch schon wieder zurück zu Super Mario. Wollte ich eigentlich schon irgendwas gucken? Nö, ne? Das wollte ich morgen springen. Und zurück zu Super Mario. So, muss man das jetzt machen. Ich weiß es nicht mehr, dass ich schon eine ganze Ecke herrisch gespielt habe. Und ich entschuldige mich noch einmal für die schlechte Dunn-Qualität. Im letzten... Ich lange nicht gesehen, Prinz Melo. Ja, ich bin erst gerade an dir vorbeigelaufen. Ähm, oh, ein Zwitschervögelchen. Kann man mit dem... Oh, cool! Ja, Froschmünze! Kann man hier irgendwie den Vogel ärgern? Nö. Was ist mit Valentina geschehen? Sie muss nach ihrer Flucht in Himmelsnägelern jetzt sein. Lange ich gesehen, Prinz Melo. Ich will die königliche Statuen-Sammlung sehen. Sie ist echt bemerkenswert. Oh, guck mal, hier sind wir ja. Cool. Und Melo in der Mitte. Aha. Will ich reden? Die Statue. Sie wirkt... Sie wirkt so unweidlich. Oh! Hm. Der König ist so glücklich wie nie, seit Melo wieder hier ist. So, schmeiß doch erst von Wasserfällen. Du siehst heute besonders gut aus, Prinz. Besonders gut siehst du heute aus. Ja, ja. Was haben wir denn hier? Nichts. Hm. Hm. Hier geht man hier lang. Hallo Mutti, hallo Papi. Königin Nimbus. Wenn es Probleme gibt, kommst du geradewegs zurück. Okay. Ich glaube, ich muss noch ein anderes Programm eröffnen. Was mit welchen? Hm. Okay. Ui. Ui. Was ist denn das hier? Ist das hier doch knapp? Aber wieso sind hier alle Kisten zu? Verdammter Hack. Wo sind wir denn jetzt gelandet hier? Was? Aha. Cool. Na? Habt ihr das hier gewusst? Hm? 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 Also ich nicht. Äh. Ja. Wir fliegen. Ähm. Ich getraue mich, nicht hier irgendwas zu machen, bevor wir runterfallen. Oh. Hier sind. Ach. Das ist wohl ein Balkon oder was? Hoppala. Das ist wohl ein Balkon oder was? Ja. Ja. Peace, Baby. Die heiße Quelle befindet sich hier. Aber nur die Königsfamilie. Ähm. Hey. Du bist ja der echte Prinz. Entschuldige, das Missverständnis vorhin. Wie, 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 wie. Wie könnte man nur einen fetten Vogel für einen Prinzen halten? Dafür haben wir jetzt einen fetten Klumpatsch. Nein, einen, einen fetten Marshmallow. Nicht so schlimm. Könntest du uns aber jetzt bitte durchlassen? Komm, bitte. Äh. Natürlich, Prinz. Natürlich. Ähm. Äh. 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 Geh weiter. Na, viel Spaß. Ja, ja. Äh. 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 Pass auf. Äh. Pass mal auf. Dass du dich nicht in den Vulkan fällst. Ich. Haha. Äh. 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 Wir haben hier noch was zu lesen. Gefahr. Hinter den Klippen liegt der Vulkan. Dann gehen wir hier noch mal durch den Boden. Äh. Äh. Das ist so gut. So. Fünf Folgen lang lassen wir jetzt mal... Ah. Lassen wir Mario nicht. Bauten. Er hat sich gerade in den Hintern verbrannt. Äh. 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 Hier ist nichts mehr. Äh. Ist hier noch was? Ist hier noch was? Na komm. Gehen wir mal hier lang. Ups. Haaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuu. Äh. 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 Okay. Wir sind geradewegs hier... Was ist das denn? In eine Vulkan geplumpst. Eine heiße Scheiße aber auch. Gucken wir mal was die aushalten. Okay. Das geht ja mal noch. Hey. So. Das wird ein vulkanisches Abenteuer hier. Mh... Ach du... Hande! Aaaaah! Mist, ich war da fast drüben. Okay. Aha! Ja, ich finde das schön, dass hier alle Kisten zu sind. Das geht mir doch... Hoppala! Das geht mir doch irgendwie auf den Puller, Mann. Okay... Nein! Oh, Mann! Verdrückt! Saug dir doch selber einen, Mann! Sauger! Okay, wir machen mal einen Angriff mit unseren riesen Fäusten auf diese Viecher hier. Und... Aaaaah! Buh! Hahaha! Wir haben... Noch einmal! Los, Velu! Mach sie alle! Du als königlicher Killer! So! So! Du 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 du! Aha! Hm... Schönen guten... Aha! Schönen guten, was sollen wir jetzt hier machen? Ah! Wir kommen hier rauf! Das finde ich ja knusprig! Äh... Ja, komm, wir nehmen jeden Kampf wieder mit. Wir brauchen die Erfahrungspunkte. Wichtig, wichtig! Und... Puff... Und weg! Sehr schön! Okay. Mhm. Hä? Ah. Tief hier schon wieder. Upsi. Na gut, gegen die haben wir ja was. Da haben wir ja hier dieses Donnerwetter. Uh, was ist da denn? Da in der Mitte? Ich bin Chinggis Khan und werde mich da hinwezeln. Okay, machen wir den Weg. Dann. Dann. Lucky. Machen wir den Weg. Das Buh. Lucky. Und Melo schlachtet Panzerarmeise dahin. Uah. Uah. Okay, bestärken. Gut, diese Panzermeise. Au. Blöde Sau. Und Feuer. Feuer. Du 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 du. Waa. Hm. So, es geht schon weiter. Verdoppelt deine XP. Nö, 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 kein Bock. Ähm. So, wir gehen mal hier lang. Wieso sind ja alle Küsten zu? Ich könnte weinen, Sturzböche. So, machen wir den Weg hier. Radadadadadadadad. Genau, das ist doch sehr schön. Wie wir ihn dahin mezzalieren. Ach man. So. Uah. Uuh. Bestärken. Oh oh, die Ameise greift uns jetzt wieder an. So eine blöde Ameise aber auch. Aua. Das tut weh. Du 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 du. Nö, nö, nö. Ach man. Nein, möchte ich nicht. Hm. Ja, jetzt wieder alles zu. Panzermeise. Nein. Was sind denn die? Oh, fies, dass sie sehr zu fiesen. Was? Ör. Rilikon. Meine Fresse. Okay, gut. Attack ab. Au. Nein. Ich wollte doch den dort niederschmetzeln. Hm. Naja. Dann machen wir erstmal den hier noch weg. Das. Buh. Geil. Ermutigen. Ermutigt sich hier. Ach der sich. Mhm. So, Attacke. Du 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 du. Auch weg. Naja. Ach Freunde. Wisst ihr was? Ich weiß es nicht. Mami ist eigentlich so wenig damage bei denen. Ähm. Nein. Mann, ich muss dann auch schon wieder die Kindershöhlen. Das ist doch nervig. Oh. Hallo, du sollst trennen. Du sollst trennen. Mann, du mädor. Ja. 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 Das ist sehr schön. Wir gehen natürlich wieder auf Angriff und Verteidigung. Pause. Erreicht Level 26. Sehr schön. Geben natürlich auch noch Angriff und Verteidigung. Geil. Hups. Oh, Donkey Kong ist zurück. Mein Freund, der Donkey. Donkey Kong ist auch dabei. Machen wir den erstmal oben. Du. Ähm, okay. Uh, da hält ein bisschen was aus, der alte Affe dort. Uck, uck, uck. Hup, bruh. Du, 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 du. Auch weg. Sehr schön. Du, 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 du. Hm. Da, wir gehen weiter ins Dunkel. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Oh, shit. Ein Fugging. Hm. Machen wir erstmal auf ihn hier einen Angriff. So. Machen wir erstmal auf ihn hier einen Angriff. Ist er schön mal weg. Sehr schön. Jetzt machen wir hier ein... Häls. Ähm. Donnerschlag war es nicht. Oh, da wurde es Regen. Ne, Donner. Ja. Gut. Sehr. Du, 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 du. Äh, wir müssen auch gleich schon wieder die Kinder holen. Manu. So. Okay. Ah. Der verspattert aber auch den Weg, dieses dummeln Klumpetschvieh. Machen wir es mit dem hier weg. Okay. Jetzt haben wir mit Mario nochmal richtig drauf. Und mit Melo machen wir natürlich jetzt einen gewittrischen Donnerschlag. Oh ja, das wirst du dir merken. Ja, haha. Okay. Du, 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 du. So, dürfen wir jetzt weiter? Danke. So. Das ist eine Fröschmünsel. Wie komme ich da ran? Mann. Was ist das? Um Gottes Himmels Willen. Ein Stein. Keine Ahnung. Ein Steinbücher. Wie soll denn das sein? Hm. Wollen wir mal den Feuerball weg. Ähm, so. Gut geschichte. Tschüss. Ähm, ja. Wir dürfen nochmal. Und zwar auf dieses Stein und das Stein-Dings da. Und wir machen 180 Schaden. Felsfuß. Mit dem Mega-Handschuh in die Fresse. Immer in die Fresse rein. Angriff nochmal. Oh. Den müssen wir öfters mal besiegen. Okay. Migräne. Ähm. Wie? Ist er mal jo tot? Nee. Oh. Oh. Ähm. Muss mal ganz, ganz schnell gucken. Der war tot. Ey. So eine Mistratte. Oh. Das ist. Dieses Stein. Ey. Scheiße. Und es geht. Oh oh. Oh oh. Und wir nehmen mal einen Blumentrank. Ähm. Oh fuck. Und es gehen die Blubberpilze aus. Scheiße. Mist, der hätte noch einkaufen gehen müssen. Scheibenkleister. Naja, okay. Jetzt wissen wir es ja. Luggie! Und du, ba! So eine Scheiße. Ich entschuldige mich trotzdem noch mal für Teil 42 und 43 für diesen miserablen Ton. Es tut mir leid. Bitte vergebet und verzeiht mir. Das war nicht so gemeint. Nein. Warum kriege ich bloß kleine Stärkungen? Die kann ich ja gar nicht benutzen. Ach man, leck mich. So, weg mit dir. Du störst mich in meiner Kreativität oder wie heißt das? Saug dir doch selber ein. Okay. Mal wegkommen jetzt. Bitte hier mal was was Gescheites rauswerfen. Mit was Gescheites ist eigentlich gemeint, man hat hier eine volle Lebensenergie oder sowas. Na ja, na ja, na ja. Ist ja nicht allzu schlimm. Ja, ja. Du, 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 du. Ja. Mann. So blöde Viech habe ich jetzt gar nicht gesehen. So. Kommen wir uns erst mal um den hier. Der geht mir irgendwie gewaltig auf die Nerven. Boah. Buh. So. Verteidigung hoch. Jawohl. Ja, dann matschen wir noch so ein. Was soll ich denn jetzt eigentlich durchstellen? So ein Kackehaufen. Ich bin ein watschendes Kackehöfchlein. Bitte hab mich lieb. Du bist mit nach Hause und knüttel mich. Bitte, bitte, bitte. Hm. Nein, möchte ich nicht. Ah, jetzt leg mich. Ich brauche den Anlauf. Ich will diese Münze. Haben wir eh zu wenig. Wir können doch so viele tolle Sachen kaufen und wir haben nichts. Was ist denn das jetzt? Oder ist das hier? Ah, knapp, dann nehmen wir auch vorbei. Ah, Mann. Nerv. Och, ey. Wenn reagieren würde. Hä? Das legt mich. Blöd. Nein, jetzt kriege ich aber gleich einen Anfall von Hass und Wut. Legt mich doch auch noch die blöde Münze. So. Ähm. Äh, ja, halt zu wild. Ach, sind wir die. Okay. Bin mir gespannt, dass uns hier erwartet. noch mal. Yuii. Ein vulkanöses Abenteuer. Und noch mal. So, dreimal nacheinander. Wir sind doch die spitzen Helden von übermorgen. Sehr schön. Und weg mit dir. Ja, wir sind trotzdem unbedingt müssen wir mal Pilze kaufen. Gehen. Äh, willst du mich jetzt verarschen? Muss ich jetzt wirklich? So, leckst doch mich am wech. Du, kannst mich mal. Ja, ich will den Körper wegmachen. Der war so böse. Ja, ja, saug dir doch selber an deinem, ja, Dingeling, Dings, Dings, Buns. Du saust 16, Bun, du kleines, rieses Frechschwein. So, sehr schön. Verteidigung hoch. Warte mal, wenn wir uns den schnell wegmachen. Da, buh. Da lutscht nur zu viel. Okay, also immer den Körper angreifen und dann geht das doch ganz prima. Ist denn das jetzt die Wirklichkeit? Das ist ja ein eklischer Level. Na, bringt ja nichts. Gegen die muss man ja kämpfen. Kommt ja nicht dran vorbei hier. So, erstmal den hier. Bradadadadav. So, der kann sich selber einlutschen. Okay, jetzt geben wir wieder hinten den Körper an. So, nochmal. Sehr schön. So. Grabbel die Bungs. 196. Rubbel die Katz. Und jetzt haben wir nochmal 188. Sehr schön. Verteidigung hoch. Und wir machen einen normalen Angriff. Sehr schön. Dann rubbel die Katz. Rubbel die Rubs. Dem haben wir den Melo erreicht Level 28. Das freut uns doch sehr. So, wir machen das jetzt wieder auf Angriff. Ist ja logisch, dass wir gleich wieder ganz von vorne anfangen müssen. Sonst macht das ja keinen Spaß. Ha, ha, ha. Ja. Puh. Was ist das? Ja. Ja. Das kann man ja gar nicht abschätzen. Das ist doch scheiße, dieses 2,5D. Das ist doch kacke. Mann, du, ich hasse es. Ich hasse und verachte sie alle. Du bist am meisten, du blöder Dunkelkump. Ach, Quatsch. Wir brauchen ja, wir müssen ja hier Donnerschlag tun. Ach, Mann, hallo. Ja, tschüss. Gibt es wieder kleine Stark und kriegt griechischen Schrei-Anfall. Ultra-Bild. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KB Let's Play sagt Dankeschön.